Kurz vor Beginn einer Ukraine-Friedenskonferenz hat Russlands Präsident Putin Bedingungen für eine Waffenruhe genannt. Im Kern fordert er, dass sich die Ukraine aus den vier umkämpften Gebieten Donetsk, Lugansk, Kherson und Saporizhia zurückzieht. Außerdem soll das Land auf einen Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO verzichten. Mein Kollege Markus Preiss steht in der Nähe des Ortes in Italien, wo die G7-Staats- und Regierungschefs tagen. Wie sind denn die Reaktionen dort auf Putins Äußerungen? Man empfindet das als ein ziemlich vergiftetes Angebot. Eins, das vor allen Dingen darauf zielt, die morgen beginnende Friedenskonferenz in der Schweiz zu diskreditieren. Dort sind neben den westlichen Verbündeten der Ukraine ja auch Länder geladen, wie z.B. Indonesien oder Indien. Und die Lesart hier ist, dass Putin diesen Ländern zeigen will, seht her, mit euch macht der Westen Konferenzen. Aber auf meine Angebote, da wird nicht eingegangen. Insgesamt ist die Ablehnung deswegen so deutlich, weil man die Angebote in Anführungszeichen von Putin so sieht, dass die Ukraine kapitulieren soll. Der ukrainische Präsident Zelensky ist hier noch in Italien, hat gesagt, man könne Putin einfach nicht vertrauen. Ähnliche O-Töne-Interviews kommen aus den USA, wo es heißt, Putin brauche gar keine Friedensverhandlungen, er könne einfach den Krieg selber beenden. Und von der Bundesregierung hören wir, dass man an diesen Äußerungen zumindest sehe, dass Putin doch sehr genau auf diese Konferenzen der Schweiz blicke. Obwohl er immer sagt, die sei völlig irrelevant. Markus Preiss, vielen Dank nach Fasano.